Servus zusammen, Salvia Tutti. Es ist Freitagabend, wir haben 17.47 Uhr und hier geht es um den DAX. Ich fand, das war eine ziemlich spannende Bewegung in den letzten Tagen. Und auch der heutige Tag, der war nicht ohne, muss ich sagen. So, mal auf einen Blick. Das hier ist zwar von der Form her nicht ein perfekter Hammer, aber von der Psychologie her ist er das schon. Wir gehen deutlich runter, Verkaufsdruck, der hört auf und der Wert schließt wieder, der vorher außerhalb des Bandes war, innerhalb des Bandes. Ich kann es immer wieder wiederholen, schaut euch das von Wieland Aal an auf YouTube, Expander Strategie. Das ist ein sehr seltenes Signal, hier haben wir auch so eins, aber wenn die greifen, greifen sie gut. Es wäre mir lieber gewesen, wenn wir diese Linie, die ich von hier angelegt habe, wenn wir die gesehen hätten. Wir sind, ich glaube es waren 25 Punkte vorher, hat er gedreht. Das wäre schöner gewesen, macht aber nicht. Gut, dass er dann hoch geht, fand ich durchaus in Ordnung. Am Mittwoch habe ich auch gesagt, ihr müsst ja jederzeit damit rechnen, dass das Ding 200, 300 Punkte hoch geht. Von den Bändern hier ist nichts, wir sind wieder drin. Interessant finde ich, dass die 200-Tage-Linie, das ist die Grau hier, sich ziemlich sicher am Montag, aller spätestens am Dienstagvormittag, mit der 20er verbindet. Die Tatsache, dass die 20er unter die 200er geht, nehme ich zur Kenntnis, das ist aber kein Golden Cross. Golden Cross gibt zwei Arten, 100 geht durch 200 Tage oder 50 durch 200 Tage. Aber die 20er durch 200, ich habe jetzt noch nicht gehört, dass da irgendwo ein Regelwerk für gibt. Ich nehme es aber zur Kenntnis und die wird dann noch weiter fallen, die 20-Tage-Linie. Heute sind wir relativ gut gelaufen. Wir haben hier einen Gap gemacht, das ist, wo ist mein Fahnenkreuz hier? Der Schlusskurs gestern war 15.323 und der heutige Tiefskurs, und zwar innerhalb der Börsenzeit, war 15.375. Sind noch 50 Punkte Platz. Gerade eben, wenn ich das hier ausspreche, sind wir bei 15.370. Das zählt aber nicht. Also für mich zählt das nicht. Der Chart, den ich betrachte, ist der Xetra-Chart, ist der Chart von 9 Uhr bis 17.36. So, weiter im Text. Der wird hier positiv über die MACDs. Lang, kurz, kurz. Das ist in Ordnung. Über die moderne Sichtweise. Die traditionelle macht noch gar nichts hier. Hol dir mal ein bisschen hoch, dass man es besser sieht. Das hier ist noch kein Kaufsignal. Wir waren da im Laufe des Tages mal drüber, als wir hier oben waren. Aber wenn der dann zum Schlusskurs, deswegen sage ich immer, warten bis zum Schluss, hat er es nicht geschafft. Knapp, aber da bin ich sehr akribisch. Das hier ist genauso wenig ein Kaufsignal, wie, jetzt gehe ich mal auf Monat, das hier ein Verkaufssignal ist. Es ist noch keins. Das ist also, der hat es hier gerade noch mal so einigermaßen reingerettet. Also da ist nichts. Aber auch hier, über den Monat gesehen, negativ. Lang, kurz, kurz, negativ. Aber es ist hier noch kein bestätigtes Verkaufssignal. Ja, da muss man jetzt wieder 30 Tage warten. Vielleicht kommt es dann an Weihnachten, ich weiß es nicht, aber es ist ja auch bald. Zurück zum Tag. Das hier ist kein Shootingstar oder gar ein Inverted Umbrella Doji. Dazu muss er, siehe hier, muss die Kerze als solitär dastehen. Moment, ich mache das mal wieder jetzt hier weg. Die muss als solitär dastehen. Der Docht muss alleine sein. Nicht zwangsläufig außerhalb des Bandes. Er muss alleine sein. Da ist hier nichts links. Und hier genauso. Und hier ist es auch ein Shootingstar. Und auch der, der Docht ist höher als die Kurse links davon. Der hier ist mitten in der Wallachai. Da ist nichts. Also der hat zwar die Form eines Inverted Umbrella Dojis, aber jetzt zu sagen, hui, Inverted Umbrella Doji, Hausbeleihen und Short gehen, das wäre falsch. Da würde ich abwarten. Die Chartpunkte, die für mich wichtig sind, ist, einmal hier dieser Trend. Der ist am Montag, ist der bei 15.060. Dann natürlich von diesem, was ich durchaus nenne Hammer, der Tiefskurs bei 15.138. Als Widerstand habe ich, und jetzt muss ich das mal schauen, ob ich das hier so reinkriege. Das müsste aber eigentlich gehen. Könnt ihr euch an diese Linie noch erinnern? Das war dieser Dreifachboden hier bei 15.466. Da sind wir drüber. Der nächste rein Chartwiderstand, außer der 200-Tage-Linie und der 20-Tage-Linie, ist dieser Punkt hier. Diese Linie. Und die ist bei 15.573. Das mache ich jetzt mal ein bisschen größer. Moment. So. Wir sind ja fast an die 200-Tage-Linie reingelaufen. Das hätten wir auch durchaus machen können. Dass er dann gleich wieder so nachgibt, hätte ich ehrlich gesagt so auch nicht gedacht, aber er hat es getan. Egal wie. Wir haben also nochmal, wir haben als Unterstützung hier unten diesen Bereich hier, diese Linie bei 15.060. Als nächstes das Tief hier bei 15.138. Das Band hat im Moment auf diesem Niveau nicht so viel zu sagen. Also finde ich zumindest nicht. Dann diese Linie hier, was hier mal so ein Doppelboden war, hinter, von hier aus gesehen, hinter der 15.460. Das ist der Bereich 15.049 kombiniert mit der 200-Tage-Linie bei 15.078 kombiniert mit der weiterfallenden 20-Tage-Linie im Moment bei 15.628, aber am Montag müsste die sein bei 15.603, wenn ich es richtig gerechnet habe. Es kommt noch eins hinzu, und zwar hier. Das ist von der letzten Bewegung von, wo waren die, 15.989, das muss ich ein bisschen runterziehen, zack, bis hier runter sind das die Fibos. Und da ist bei 15.565, also das verbindet sich hervorragend, jetzt mache ich es wieder raus, verbindet sich hervorragend mit der 20-Tage-Linie am Montag und der 200-Tage-Linie und diesem Chart-Widerstand, hier die 15.565, das 50er Fibos Retracement. Also das wird eine ziemlich fette Marke. Ich denke nicht, dass er da so ohne weiteres durchgeht. Er hat die Chance, ich erachte sie allerdings gering, mit Blick auf den Monatschart, bleibe ich insgesamt weiter vorsichtig. Ich werde meiner Meinung nach erst ändern, wenn wir hier über die 16.060 gehen. Dann muss ich es ändern, aber im Moment, also für die nächsten zwei, drei Tage, kann der hier so hin und her oszillieren, ist es für mich, bei mir nicht deutlich. Aber das sind, wie gesagt, die genannten Chart-Punkte, die wichtig sind. Hier nochmal die passenden Turbos dazu. 14.531, da sind wir also deutlicher hier drunter. Das kommt für mich ins Spiel, wenn wir hier auf diese Linie gehen. 14.776 hat einen höheren Hebel, kann man genauso machen, ist halt näher dran. Diesen Put habe ich auch gespielt, 15.949 habe ich heute gemacht, ein bisschen früher aufgemacht, aber es ging dann gut. 26er Hebel im Moment, 15.949, da sind wir ungefähr hier. Und dann habe ich noch einen genommen, im geringeren Hebel 16.250. Also nochmal, für mich ist das im Moment für die nächsten zwei, drei Tage nicht deutlich. Ich möchte es so formulieren, das ist im Moment nur ein kleines Gegenpusten im Downtrend, den wir von hier haben. Runter, ein bisschen hoch, ein bisschen fast das gleiche Niveau, weiter runter. Das ist nichts anderes als eine Korrektur im Downtrend. Mehr ist das bisher nicht. Nicht, nochmal umdenken, erst ab hier oben. Aber dieser Bereich hier, zwischen 15.565 und 15.610, der ist knackig. Der ist richtig knackig. Den nimmt er nur über Nacht und nicht während des Tages. Das glaube ich nicht, da halten zu viele Leute dagegen. Leute, ich wünsche euch was, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.